Ich glaube einer der Punkte von Eishockey 1x1 ist, dass man wirklich komplette Anfänger, Kinderanfänger zum Eishockey bringt. Es ist einfach schön den Kindern bei etwas zuzuschauen, was sie neu lernen. Ich glaube das Eishockey 1x1 ist ein Anstoß, dass man vielleicht etwas verändert, dass man etwas anders macht und ich glaube da weckt man schon ein Interesse auch an Leuten, die mit Eishockey selber nichts zu tun haben. UNTERTITELUNG